Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft. Hier ist die Steffi mit Blümchen in der Hand. Schöne Blümchen. Und will mit der Schaufel Stein wegmachen. Ja genau, wir wollten die Wände und den Boden von unserem kleinen Tunnel hier machen. Dann mach ich mal den hier weg. Ja, wir haben auch dieses kleine Scheuss-Rätsel gelöst. Mit ganz vielen Anläufen habe ich endlich... Was machst du hier? Twitter hat es nicht gelöst. Nee! Also Twitter, schämt euch. Ich bin schon auf Twitter, aber ich hatte auch mehr Hinweise, wenn wir ehrlich sind. Jeder einzelne. An dieser Stelle schöne Grüße an Mafi und alle anderen von Twitter. Kurzer behaken. Ja, Mafi ist die wichtigste, darum... Bekannt aus Twitch. Ja, sie war ja mal in einem Twitch-Stream sogar mit Brechen dabei. Weiß schon. Im Teamspeak. Mach ich das hier eigentlich richtig, was ich hier mache? Die unterste Reihe hättest du nicht machen müssen, weil die unterste Reihe egal ist. Weil hier kommt ja Dingens hin. Das heißt, du kannst da jetzt drauf hüpfen, genau. Das wäre entweder ein Freiraum oder wir machen Dreck hin oder irgendwas. Ach ja, Freunde. Ja, ist immer wieder lustig mit uns. Löst das Scheuß-Rätsel. Und das fängt jetzt... Jetzt verbinde ich es die ganze Zeit mit Scheiß, ey, super. Löst das Scheuß-Rätsel und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Bei mir schreibt ihr selten eine Kommentare, außer Werbung und hin und wieder mal was Nettes, worüber ich mich sehr freue. Schreibt öfter was Nettes, dann freue ich mich auch. Äh, ja. Was wollte ich überhaupt sagen? Ich weiß es wieder nicht. Ich... Ja, ihr sagt auch nichts. Danke. Danke. Hainer! Was? Hainer? 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 quem na 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 hi na 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 relev Anytime so, ich poliere mal die Steine. Polierst du mir dann auch gleich mal hin. wie kann er damit auf so steine poliert hier so ein so ein Dings ziehen eine Reihe ja genau ja da ist ein Loch, Vorsicht hab ich noch nicht gemacht. Oh, das ging auch wieder falsch das ist das letzte Play der Doppeldeutsch- Vorsicht und da drüber sei jetzt dunkles Holz, oder wie? genau oder siehst du das nicht so? doch, von mir aus gut, dann alles gut wir könnten hier noch ein ausgeklügeltes Fallensystem hinmachen ich hab das optimiert, okay mega wir könnten hier noch ein ausgeklügeltes Fallensystem aufstellen wenn ich mal umziehe, kann ich dich dann fürs Parkett verlegen? so, engagieren solange der Umzug in Minecraft stattfindet, bestimmt so, ich hab auch nur noch neun Stück warum hab ich das jetzt hier hingesetzt? weil ich dumm bin verschwenderisch mit unserem polierten Stein gut, jetzt ist einer runtergefallen da springe ich nicht hinterher verschwender oh, wir steuern doch nicht so hier voll, voll Superjump hier und dazwischen muss jetzt überall Lava machen ja, genau damit ich auch alle 5 Meter sterbe hast du noch polierten Stein für mich? ja ein Steck dankeschön mehr hab ich nicht mehr ja, mehr brauchen wir wahrscheinlich, aber auch nicht ich, ähm, das war also zumindest hier für den Gang das war, das Holz, das Dunkle, war doch rechts von hier, ne? ähm, das war, wenn du aus deiner Höh- warte, wo bist du? äh, gleich draußen äh, einfach geradeaus einfach geradeaus ich hol mal ein bisschen was einfach geradeaus und dann kommt das irgendwann auf der linken Seite das ist da, ich glaub als erstes lacht dich so ein Pilz aus den Bäumen heraus an das sind diese dicken Bäume, die über vier Blöcke gehen diese kleinen, dicken kleine, dicke immer auf die kleinen, dicken mäh oh man so, das ist sie macht mäh, obwohl sie total das Gegenteil davon ist ich glaub gar nicht, wo wir zum Blöcke sind ups ich hab' Bilder gesehen Bilder? das glaub ich nicht was ist mäh und was ist hä? mäh macht das da ab oh, was ist das denn? beffig ist jetzt, äh, Synchronsprecher für schon was scharf ach nö hättest du keinen Bock drauf? näh 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 v nö nicht, aber nee das ist okay oh, ich hab glaub ich den Mund eben zu voll genommen, wir brauchen doch noch ein bisschen polierten Stein Um die Treppe hier schön zu machen. Oh, hier sind so beige Häschen. Die sind hier auf Sand und die sehen aus wie der Sand. Es sind Sandhäschen. Ich finde das Holz nicht. Hier sind jetzt Kürbisse. Wir haben noch nicht genug. Ist doch nicht so, als ob wir Samen machen könnten und dann anbauen oder so. Wir haben sogar welche. Ein Huhn. Töte es. Nein. Evil Chicken. Wie ich bei Töte ist, Töte ist nicht. Es sind zwei gegen einen. Ach, da ist er. Da. Holz. Holz. Schafe. Was ist denn jetzt los, ey? Voll im Durchdrehen hier. Die Pilze, oder? Wo ist denn jetzt? Hallo, wo ist denn jetzt? Alter. Die Treppe runtergrutscht. Äh, äh? 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 Wo ist denn jetzt? Äh? 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 Reicht für heute. Äh? Äh, wir sind so durch heute. Äh? Äh? Wie immer eigentlich? Darfstagsabend sind wir immer durch. Und leuch. Ich bin müde. Oh, es wird dunkel. Schaf. Stürm. Hint hier, komm mir ja nach auge, bevor ich dunkel wird. Tss. Ja, ähm. Was ist Pony? Pony. Pony. Schweine. Noch ein Pony. Schweine, ja. Die kann es auch reiten. Pony, geh mir mal aus dem Blick hier. Willst du lieber das Schwein, ne? Womit lockt man die nochmal? Hab ich bestimmt nicht mit. Ich hab nichts mit. Pony's? Nein. Schweine. Schweine? Karotten habe ich. Ach, scheiße. Ne, doch Karotten, stimmt. Man kann sich auch diese Karottenangel machen. Scheiße. Hast du noch die Angel dabei vom Fischer? Ne, die ist beim Fischer. Schade. Helene. Entschuldigung. Also du willst die Schweine mitbringen? Nein. Willst du nicht mitbringen? Womit denn? Ja, sonst hätte ich jetzt eine Angel gecraftet. Achso. Ich crafte mir lieber Karotten. Ah, Gott, 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 Gott. Es reicht, wenn du Keksi zu mir sagst. Das sagt immer mein Biolehrer. Ernsthaft? Ja. Der sagt exakt das gleiche, ja? Keksi? Nein, der sagt nicht Keksi, aber der sagt dann Meister reicht. Achso. Was für ein witzigen Biolehrer da. Ja. Mensch. Fester Biolehrer, ich. So, das Pony guckt mir dabei zu, wie ich seinen Lebensraum zerstöre. Das ist okay. Ich muss erst was ablegen. Ich habe viel zu viel Stein dabei. Ich habe auch viel zu viel Scheiße hier. Zu viel Scheiße, meinst du? Zu viel Scheiße. Hey, kannst du das mal lassen? Das habe ich gerade von erschreckt. Plötzlich füllt sich die Kiste. Ja, das ist gerade los. Du hast was am Schmelzen. Ponys! Ganz viele Ponys! Boah. Schafe! Wieso kann ich das? Ach, da oben muss ich das. Oh Gott. Mega-Fail. Ähm. Was? Was? Ich habe gerade etwas mit Karl Lagerfeld verstanden. Voll der Mega-Fail, habe ich gesagt. Hör zu! Ich habe schon voll der Karte. Ja, alles klar. Kratz! Ja, Karl. Hier mit in unserem Let's Play. Karl. Exklusiv. Ups. Ups, sagt er. Geben die keine Saplings? Ich habe nichts mehr zu essen. Also nicht, dass ich Saplings essen möchte, aber ich... Ich wollte schon immer mal Saplings essen. Nun, 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 nun. Wie viel habe ich jetzt? Oh, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Äh, wie macht man eine Angel? Ich weiß nicht, wie ich es anordnen muss. Karten und... Ah, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Ja, nee, ich wusste nicht, wie es anordnen muss. So. Ach, Freunde, ist das schön hier. Hier möchte ich leben. So, jetzt muss ich nur wissen, wie ich eine Karottenangel mache. Hängel und Karotte, ne? Das muss ich, glaube ich, vorher machen, wenn ich die Angel mitkrafte, ne? Weiß ich nicht. Haben wir genug Karotten für sowas? Wir haben zwei. Wie viele brauchen wir? Aber wir brauchen auch noch welche zum Anpflanzen, ne? Ja, ja, aber oben haben wir auch noch welche. Okay, so geht's nicht. Ja. Rottenmangel und so. Kannst du mal irgendwie im Internet gucken, wie es geht? Internet? Internet. Also nicht, nicht das Internet gucken, wie es geht, sondern gucken, wie man eine Karottenangel macht. Was? Kann ja mal auf Twitter machen. Weil die alle so Minecraft wandern. Ah, ich habe es schon, ich habe es schon, ich habe es schon. Boah, hallo, willst du meine Hilfe jetzt hier nicht mehr, oder was? Will ich gerade mal gucken? Nee, ich weiß es nicht. Ja, jetzt, da brauche ich. Okay, da. Ich hoffe, das geht auch ohne... Also ich mache mir vorsichtig, aber mal einen Sattel, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich einen Sattel mache. Warum willst du einen Sattel machen? Um die herzureiten. Ach so. Schreibt in die Kommentare, wer es sein könnte. Nee, verrät doch auch. Ich weiß nicht, wie ich einen Sattel mache. Das ist auch einfach alles thematisch gut, ne? Es gibt immer um YouTube. Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, wie ich einen Sattel mache. Brauche ich dafür Eisen? Soll ich mal nachgucken? Im Internet? Ja, im Internet. Moment. Moment, ich google. Moment. Moment. Ich hänge hier so ein bisschen rum und rätselt so, aber ich habe eine Hose gemacht. Das ist... Was ist ein Helm? Klopf ist... Klopf ist mein... Mein Gag, ja. Einen Sattel. Den macht man, äh, gar nicht. Oh, ich kann keine Achse mehr. Die kann man nicht herstellen. Deffi? Nö. Also, die ist kein, äh, Konzept. Dann kann man den wahrscheinlich nur in Höhlen finden. Wir haben einen, glaub ich. Wo hast du den hingepackt? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube... Der Sattel kann man craften, aber der wird... Okay. Der ist nicht für fär, also, äh, nicht für fär, äh, nicht für schweine. Äh, Keksi, du bist jetzt wohl angelaufen, du bist bei deinem Loch wahrscheinlich nicht raus und dann einfach geradeaus, ne? Ja, und dann, äh, ein Stückchen links halten, gehalten habe ich mich und dann, da kamen auch ganz viele, hier, Markierungspunkte. Okay. Ich frag mich nur, ob man... Ach man! ...mit der Angel jetzt auch die Schweine anlocken kann, oder ob das nur geht, wenn ich, äh, drauf reite. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich nicht. Ich habe aber auch nicht die einzelne Karotte mitgenommen, sondern, äh, um es auszuprobieren, ob es da mitläuft, also. Entweder es läuft jetzt mit der Angel, oder es läuft nicht. Es ist ja dunkel, ich gehe weg. Ich gehe nicht in der Dunkelheit sein. Ich komme zu dir, dann sind wir zusammen in der Dunkelheit. Ja, ich sammle noch mal ein paar Sept-Links-Apfel! Ich sammle noch ein paar Sept-Links-Apfel! Ich halte bis erst mal durch den normalen Wald, ne? Ja, genau, ganz lange sogar. Ganz lange, okay. Also relativ lange. Wir spawnen schon die erste Spinne. Bäh! Mein Schwert gibt gleich den Geist auf, da lege ich mir das mal auf den Slot da. Muss die Axt leider für weichen. Äh, Rosen sind immer schön. Nimm mal mit. Warte, Rosen? Diese, diese Dinger und die großen? Dräucher, die ganz großen, aber einzelne Rosen. Diese kleinen. Die sind aber auch noch rübsch. Ich nehme einfach noch mal ein paar Blumen mit. Was ist denn das hier? Hast du ja die Zeit, ne? Oh, was habe ich jetzt weggeschmissen? Gut, Knochen. Die finde ich süß. Oh, das sind so kleine Gelbe. Die sind knutschig. Sonnenblumen? Ja. Nimm also. Du bist schon gerade auf offenem Felde rum? Ja. Okay, dann sollte ich dich, wenn ich hier aus dem Wald rausgefunden habe, auch sehen. Hm, ich weiß nicht, was ich wegschmeißen. Ich wollte gerade den Eimer wegschmeißen. Wer hat denn mich dafür getötet? Ne, 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 natürlich. Weil wir ja unbedingt so PvP-mäßig draußen, dass wir dich umbringen würden. Ja. Und voll die, ne, den Namen darf ich ja nicht sagen. Ey, hier ist voll nichts los. Voll nix los, Junge. Oh, jetzt, oh mein Gott. Voll nix los, 20 Bogenschützen vor mir. Angriff. Voll die Action hier auf meinem Kanal. Ich hau die Sonnenblumen weg. Ach, da bist du. Hallo. Bin ich allein zu Hause? Wo sind die Schweine? Äh, die Schweine sind... Weg. Ah, da ist eins. Siehst du das? Oh, spinnen. Ja. Ja, es läuft zur Karotte. Damit können wir, äh... Den können wir Schweinefänger spielen. Wie der Rattenfänger von Hameln, nur mit Schwein. Ich wollte ihn jagen. Ich habe ihn instinktiv umbringen. Aber ich denke, wir sollten erstmal... Rüdiger. ...warten bis Tag ist. Vielleicht kommen dann noch mehr. Guck mal, da hinten ist noch eins. Das könnten wir schon mal herholen, dann hätten wir schon mal zwei. Sieht ihr das jetzt? Das läuft ja nicht mehr hinterher. Was ist mit dem Schwein? Er braucht ein bisschen. Du musst ein bisschen vor ihm stehen bleiben. Bis er dich so anguckt, genau. Ah, okay. Läuft ja immer noch hinter mir her, auch wenn ich... Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, aber irgendwann nicht mehr, also du musst da schon langsam bleiben. Oh. Geht's bei dir rum. Okay, das machen wir aber am besten am Tag und bleiben währenddessen hier und verteidigen uns. Wir haben klar, wir haben am besten eine fette Basis, nehmen den ganzen Ort hier ein und, äh... Ja. Ich hole mal ein Palett. Komm her, Spinni. Oh Gott, und Creeper, geh weg. Wo ist Creeper? Ich sniper ihn weg. Oh, verdammt, daneben. Vorsicht. Oh, verdammt. Ich hab grad abgedrückt, abgeschossen, Alter. Ich hing da fest, irgendwie. Na. Nee, ich meinte das nicht so. Gott und Deut ist meine Sachen immer so verhalten. Oh, sehr viele Sonnenblumen hier, echt. Richtig krass. Ähm, warte mal ganz kurz. Kannst du mich mal ganz kurz hier beschützen? Bin zurück. Ja. Willkommen, wir haben politische Themen angefangen. Was? Das sind so Sachen, da denke ich mir, da macht sich die Politik so einen fetten Kopf drum, ne? Anstatt sich irgendwie mal um wichtige Probleme zu kümmern. Dann haben sie da so einen Flughafen stehen, der überhaupt nicht fertig wird, haufenweise Gelder reingeprasst sind. Aber was machen sie? Nee, wir geben weiter Gelder aus und reden stattdessen darüber, was politisch wie ausgedrückt werden muss. Aber das Beispiel, was du jetzt genannt hast, also ich hab zum Beispiel, ich hab ja ein bisschen mehr mit schon älteren Menschen zu tun, sag ich mal. Mhm. Äh, so im täglichen Leben. Und, ähm, die benutzen das wirklich noch so als Beleidigung. Echt als Beleidigung? Ja, also das ist echt, das ist so Wörter, wo wir vielleicht sagen, so wahrscheinlich, weil wir einfach so eine andere Generation sind, so irgendwie so, das benutzt doch keiner als Beleidigung, was beschäftigen die sich damit? Aber es ist wirklich, die älteren Generationen, die benutzen das noch so. Also auch so wirklich, äh, ja, unschöne Beispiele, die ich jetzt nicht nennen möchte. Okay, dann liegt das wirklich halt an meinen... Wirklich, wo man sich so denkt, äh, was machen die sich so im Kopf, aber das ist echt teilweise noch notwendig. Dann liegt das wahrscheinlich an meinem jungen Denken. Das kann sein, ich hab das vorhin nämlich auch nicht so, aber seit, also, so durch Arbeit und so, ne? Entschuldigung, ich bin hier in das Schwert gelaufen, das war mein Ziel. Ähm, bei der Keksi, da hinten ist Lava, hast du die Eimer noch dabei? Ja. Dann könnten wir Lava holen gehen. Ja, ähm, um aufs Thema zurückzukommen, da, da hast du dann wahrscheinlich recht, also, klar, ganz ältere, ganz ältere Menschen oder noch so 40, 45? Ja, so, schon so der Jahrgang, ja. Okay. Also, in dem Alter, ja. Kommt natürlich wahrscheinlich auch drauf an, so Erziehungssache. Wir sind bei 20, 21 Minuten. Okay, dann, äh, werden wir jetzt keine Schweine, äh, lotsen und auch keine Lava holen, sondern, äh, werden das in der nächsten Folge tun. So ist es. Ja, und dann viel Spaß, danke fürs Zugucken, Daumen hoch, Daumen runter, Kommentare lassen, was auch immer und, äh, bis dann. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.